Rückwärts, 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 rückwärts Nein, scheiße, ich hab gespielt, nein Ich hab so hart gespielt, das hätte ich mir so verpasst Nein Ich hab so verkannt Oh Gott, oh Gott, das ist nicht gut Das ist gar nicht gut Nein, ich schauke Das ist kein Allgis, weil du einfach oben drüber spielen konntest Das darf mir nicht passieren Oh, in fünf Boom, laser Wo liegt der Unterschied zwischen einem Tee und einem Tee-ähnlichen Getränk Bram Ja, also in einem Tee, da ist Tee drin und in einem Tee-ähnlichen Getränk wie zum Beispiel von Pfanne-Eistee oder so da ist halt gar kein Tee drin Oh, da hat gar kein Bericht hier das genickt Das sind drei Prozent oder so, Bram Ja, das ist auf jeden Fall ganz wenig Ob das die Antwort ist, dass da weniger Tee drin ist Come on Nein, da ist halt kein Tee drin Das ist halt auch sonst was gemacht worden Ja, okay, kein oder weniger Das ist die Antwort von Bram Ja, der hat ja kein gesagt, oder? Ja, gut Egal Ja, ich hab kein Mach einfach falsch In einem Tee Nee, ich mach richtig Lächerlich Das ist das denn lächerlich wenn das richtig ist Ich glaub, das hab ich schon lange nicht mehr Das ist lächerlich Der ist schon wieder da irgendwo hängen geblieben Das ist, das ist ja gerade genauso Was ist das? Astralon Ein fiktiver Stadt Richtige Antwort Könnt zu machen Mann Jetzt muss ich richtig einen raus Mann Guck mal Make guess Nice, das Jahr ist halt wirklich richtig Haha Okay, wir sind in Mailand Ja, gut, okay So what? Die Insel ist einfach weg Es ist scheißegal, wo du triffst Weiß ich nicht, ob das scheißegal ist Ja, wenn er nicht ins Wasser schießt, ist er weg Was ist dann? Das war nur Ja, dann hat er immer noch nicht gereicht Okay Fuck, da hab ich nicht dran gedacht Ich hoffe, du hast es kopiert Äh Passwort Nicht mehr zurück Warum hast du da nicht mit der mittleren Haustaste drauf gedrückt? Ich dachte, es öffnet sich einfach ein neues Fenster Weil die Smart sind bei der Seite Ja, das Mit der Maustaste öffnet ein neues Fenster Ja, es ist in diesem Smart in der Seite Gegen Fucking Bus, Mann Ja, okay Tschüss Oh Gott Reste Runde 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Glaubt nicht Die haben bestimmt nicht so kleine Scheiben Christian Was? Die haben bestimmt nicht so kleine Scheiben Weiß nicht Kann ich mein Handy-Display mit einer Scheibe ersetzen? Ja Irgendwie sowas Aber wir sind dann die, die nicht so kleine Scheiben haben Das verstehe ich nicht Ich weiß es Ich weiß es auch Das wäre dann relevant Deswegen ist das falsch Nein Kann ich mein Handy bei Carglass reparieren? Ja Ja, das ist cool Mann Ihr braucht so scheiße Mann, ich hätte wenigstens eins richtig gehabt Du Arsch Es tut mir leid Ich hab's halt auch gewusst Du Arsch Da stehst du aber auch ganz gefährlich Jetzt schon Das wäre irgendwie Risiko gehen Ich bin ja eh mit Abstand letzter Ich kann keinen anderen setzen Das stimmt Du spielst du scheiße Warum hab ich gesagt, dass ich da mitspielen will? Ich konnte nichts anderes tun Mit euren Pussy-Regeln Wir schlagen nie jemand anderen, ey Schrecklich Da, wo Peter ist Da ist tatsächlich eine tricky Gestelle, finde ich Ich bin einfach zu Kacke, Mann Ey, Mann Okay Ich hab ihn doch getötet Nein, das ist ein Witz Ich bin so fucking Schlecht, Mann Schlecht, Mann Das ist auch neun Hör mal hin Sie war auf jeden Fall noch nicht voll, Erik Ich nehm alles mit zwölf Oder weniger Können wir da auch was in dem Film machen Ist von Röschen eigentlich gegen ihren Willen geküsst worden? Jetzt hab ich dich zugestimmt, ey Komm, Andi, jetzt mach Ja, ihr macht hier noch Trash-Talks Sie war nicht volljährig Es war an ihrem 16. Geburtstag Und dann sind Peter und Bram am nächsten dran Nice, Peter Gut job, Peter Gut job, Peter Nee, nee Oh, doch Nö Nicht wegrennen Komm, Arsch Bin weg Lebleu Oh, da rennt er Nö Nein Auf beiden Seiten, Mann Ich hatte da auch ne Shotgun Ja, Mann Wir kommen haben gerade Bullshit Hier ist auch so ne Flasche Hier steht da eigentlich so Oben ist der wieder, ey Das kann nicht sein Dass ich zweimal von dem selben Ficker kaputt geschossen werde Der hat mir auch zwei Headshots gegeben Jetzt hab ich auch was Springen oder nicht Nope Das spielt nicht, aber da ist Oh Big Oof 3 HP noch, die du nicht brauchst Alles gut Oh, jetzt fährt er sogar Oh, so rum Daran hab ich den meisten Damage eben gekriegt Ja, aber ich hab doch den Bus gesehen, wo er lang gefahren ist Wie alle vorsichtig Und da kommt so aus Bruder Ja, mehr war auch nicht drin, ey Holy shit, Alter Hört mal Hm, okay, jetzt kommt Ja, komm, fuck you all Was machst du denn jetzt? Lass du einfach da rein Ja, okay, why not, wa? Nein Boah, das ist alles für den Arsch, ey Heute ist der schlechteste Wormstag meines Lebens Das ist alles aus Das ist alles aus Ja, heute reicht gar nichts Oh mein Gott Boah Ja genau Ich muss nachladen Das ist ein Witz Das kann nicht wahr sein Aber jetzt weiß ich ja, wie das geht Das heißt 4 Minuten 27 Was bringt der denn? Ich will nicht mehr Ich kann nicht mehr Gib mal 5 Minuten Gas Diese Hure 4 Sterne hintereinander Ich hab keinen Platz gut gemacht Boah, das ist alles scheiße Boah, schrecklich Dicke auf den Stuhl Wenn die Reifen nicht funktionieren Dann gebe ich auf Dann gucke ich nur noch zu Dann bin ich Tilt Du bist Tilt? Okay, ich will steh das Ja, doch hat geklappt Geil, guck mal Dampel 1 Dampel 2 Texenhaus Jawohl Was hat denn so der Itemshop? Tilt ist einfach geliebt So Hi Wehe, das war einer Nein Als ob das Bram war So ein Quatsch Abram Nice, danke Mann, wie unlucky war das denn? Easy Nein Jetzt werde ich doch demoliert, ey Habe ich den Controller weggelegt? Easy Guter Job, Dalo Guter Job Das war knapp, ey War das schon die letzte? Weiß ich gar nicht Ich glaube ja Wenigstens Die lief nicht gut Also diese schnellen Fahrzeuge Kann ich echt nicht empfehlen Also War kein Soundboard Das ist schon wieder lustig Wie schlecht Ich möchte ganz kurz sagen Wenn du für Geschenke für Frauen suchst Bei Amazon Ich bin ganz kurz sagen, dass wenn du für Geschenke für Frauen suchst bei Amazon, ja Mit den ersten hier ich Bram, tut mir leid Das war die Idealinie Ja Ja? Mann, willst du mich verarschen? Ja, da ist halt die Idealinie Es ist halt kaputt Oh mein Gott Oh mein Gott Was? Die Bombe fickt euch jetzt beide Die Bombe fickt euch jetzt beide Okay, ist nur noch Bram Ich mach dir nur Best of Material Also Peter krieg ich ja nie, ey Ah, ne, mich kriegst du nicht Das stimmt Die Schuldscheine müssen ficken Die Schuldscheine müssen ficken Ja, 500.000 sind die ja mindestens Ich glaub Jay gewinnt Ich bin trotzdem letzter Ich hab nicht gewonnen Ich bin voll Um drei Um drei Peter gewinnt schon wieder so ein Glücksspiel Das ist unfassbar Um drei Die Schuldscheine geben Kosten 100.000 Wenn du die vorher nicht bezahlst 70 wahrscheinlich Wenn du die zurückzahlst Nein Ich hab mich verdrückt Ich hatte Panik Wo kommst du denn auf einmal her, Alter? So scheiße Lala Glock Schade, Jay Jetzt musst du nur irgendwann machen Dass du einen Schlag abgezogen, Chris Er hat so richtig gesehen Sein Kopf noch so am Durchgrad Er hat so, okay Gibt's da eine Möglichkeit Das noch Nein Ja Ein paar Probleme Ich hab jemanden hier unsichtbar rumlaufen sehen Den hab ich gekillt Ich weiß nicht, was passiert ist Könnt's dir auch nicht sagen Du bist unter mir Pass auf, nicht, dass du erschrickst Was ist da passiert? Ja, Jay ist hier War Trailer Das war gut Okay So ist das Wo ist es? Wo ist es? Oh 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 man Ich bin so durch Ich bin so durch gefühlt, ich war so sicher das hat mich so abgefallen das hat mich so sicher